Der Prolog von Orit vom 7. September Gedenken Der heilige Märtyrer Soson wurde in Likonien geboren. Er war ein Hürde und hielt alle Gesetze Gottes. Er unterwies seine Verwandten und Freunde im frommen Glauben. In einer Vision wurde ihm gezeigt, dass er das Martyrium um Christi willen erleiden würde. Dies geschah in der Zeit von Maximian, des Magistraten von Kilikien, der eine schreckliche Christenverfolgung in der nahegelegenen Stadt Pompejopolis durchführte. In jener Stadt gab es einen goldenen Götzen, den die Heiden anbeteten. Soson verließ seine Herde, ging in die Stadt, betrat den heidnischen Tempel und brach den Arm des goldenen Götzen ab. Er zerkleinerte ihn und verteilte die Stücke unter den Armen. Es gab deswegen einen großen Aufruhr und die Heiden suchten nach dem Schuldigen. Damit kein anderer für die Tat zu leiden hätte, ging Soson zum Magistraten und bekannte sich dazu, dass er Christ sei und derjenige sei, der die Tat begangen habe. Seine Folterer schlugen ihn zuerst, dann hängten sie ihn an einen Baum und zerkratzten seinen Leib mit Eisenkämmen. Als er fast tot war, warfen sie ihn in ein Feuer, wo der heilige Soson seine heilige Seele Gott übergab. Er erlitt das Martyrium um das Jahr 304. Die Reliquien des heiligen Soson waren wundertätig und eine Kirche in seinem Namen wurde über ihnen erbaut. Die heiligen Apostel Evodos und Onesiphoros gehörten zu den 70 Aposteln. Der heilige Ignatius, der Gottesträger, preist den heiligen Evodos in seinem Brief an die Gemeinde von Antiochia. Evodos war ein Schüler des heiligen Apostels Petrus und sein Nachfolger als Bischof von Antiochia. Der Apostel Petrus selbst weihte ihn. Evodos schrieb ein Buch über die allheilige Gottesgebererin, in dem er berichtete, wie die heilige Jungfrau Maria im Alter von drei Jahren in den Tempel gebracht wurde und dort elf Jahre lang blieb, wie sie, als sie 15 wurde, dem heiligen Josef zum Schutz übergeben wurde und wie sie mit 15 Jahren den Herrn gebar. Evodos schrieb auch ein weiteres Buch unter dem Titel Das Leuchtfeuer. Diese beiden Bücher wurden jedoch während der Christenverfolgung vernichtet. Er wurde während der Verfolgung die Vespasian durchführen ließ in Antiochia um Christi willen getötet. Der heilige Apostel Paulus erwähnt den heiligen Onesiphoros als seinen wahrhaften Freund und Gehilfen. 2. Timotheus 1, Vers 16-18 Der heilige Onesiphoros erlitt das Materium und Christi willen in Kolophon, wo er Bischof war. Es heißt, er sei an wilde Pferde gebunden und zu Tode geschleift worden. So dienten diese gläubigen Soldaten Christi ruhmreich auf Erden und gingen in die Freude ihres Herrn ein. Der heilige Märtyrer F. Psychius war der Sohn des Senatus Dionysius. Er wurde um Christi willen grausamen Matern ausgesetzt, wurde geschlagen und zerkratzt. Er wurde halbtot ins Gefängnis geworfen, wo ein Engel Gottes zu ihm kam und ihn heilte. Aus dem Gefängnis entlassen verteilte er seinen ganzen Besitz an die Armen und an seine Verleumder. Er wurde wieder verhaftet und sein Leib wurde zerkratzt, bis er seine Seele Gott übergab. Anstelle von Blut flossen Milch und Wasser aus seinen Wunden. Er erlitt das Materium in der Zeit des Kaisers Hadrian. Der heilige Iohann, Johannes, Erzbischof von Novgorod. Iohann war ein Priester, der zum Bischof von Novgorod im Jahr 1163 geweiht wurde. Er baute zu Lebzeiten sieben Kirchen. Er erschaute in einer Vision die allheilige Gottesgebärerin und besaß ungewöhnliche Macht über die Dämonen, die er sogar dazu zwang, ihm zu dienen. Er rettete auf wundersame Weise Novgorod, als die Stadt von siebenundzwanzig Fürsten mit ihren Heeren angegriffen wurden. Er litt unter dämonischen Versuchungen, doch durch die Kraft des Kreuzes und viel Gebet überwand er sie alle. Im hohen Alter zog er sich in ein Kloster zurück und empfing das große Schima. In Frieden entschlief er im Herrn am 7. September 1185. Lobeshymne Der heilige Märtyrer Soson Der junge Soson, ein rechtgläubiger Held, stand aufrecht vor den Ungläubigen, gerade stand er, er fürchtete nichts. Hielt seinen Geist in Gott versenkt, stand mit seinem Geist fest im Himmel. Der Folterer unterwarf ihn der Mater, weil er den Arm des goldenen Götzen abgebrochen hatte. Ich brach ihn ab, erwiderte Soson, um zu sehen, ob er mich strafen würde. Doch beide Arme des Götzen sind leblos. Vergeblich bringt ihr Opfer dar. Der leblose Götze sagte kein Wort zu mir und hatte nicht die Macht, mich davon abzubringen, seinen Arm zu brechen. Dieses tote Ding war stumm, weil es keinen Geist in sich hat, keinen Verstand, keine Sehkraft, kein Gehör. Ich nahm den Arm, nicht um zu stehlen, sondern um Brot an die Armen zu verteilen. O Heiden, um eurer Rettung willen, verteile ich diesen toten Stein, um etwas Licht in eure Seelen zu bringen, so dass ihr den lebendigen Christus als Gott anerkennen könnt. Soson kniete und betete zu Gott und vergoss sein Blut für die Wahrheit. Soson, der wundervolle, unübertreffliche Held, dessen unbegrenzter Kraftquell Gott war. Betrachtung Der Sieg über den Zorn ist einer der größten christlichen Siege. Wir geraten gewöhnlich in Zorn gegenüber jenen, die wir von der Sünde abwenden wollen, oder gegenüber unseren Verleumdern. Im Bezug darauf vergessen wir, dass der Zorn eine Todsünde ist, und dass wir, wenn wir die Rettung anderer anstreben, riskieren, unser eigenes Leben zu verlieren, den Worten des heiligen Makarios gemäß. Der Zorn gegen einen Feind beinhaltet noch ein anderes schlechtes Gefühl, nämlich den Wunsch nach Rache. Der heilige Ephpsichos hatte die Leidenschaft des Zorns in sich so weit überwunden, dass er im Angesicht des Todes die Hälfte seines Besitzes den Armen gab, die andere Hälfte aber seinen Verleumdern, deren Wegen er gefoltert und getötet wurde. Er sah seine Verleumder als seine Wohltäter an. Der heilige Chrysostomos schreibt, »Lasst uns die Schwingen des Zornes stutzen, und das Böse wird keinerlei Gewinn erzielen.« Der Zorn, sagt er, ist eine böse Krankheit, die alles verschlingt. Wenn ein zorniger Mensch sich in diesem Augenblick sehen könnte, bedürfte er keines anderen Rats mehr, denn es gibt nichts Unfreundlicheres als sein zorniges Gesicht. Aber Ammon bekannte über sich, »Ich verbrachte 14 Jahre in Deskitis und betete zu Gott Tag und Nacht, mir Sieg über den Zorn zu geben.« Zum Nachdenken Lasst uns darüber nachdenken, wie König Salomon seine Mutter ehrte. Erste Könige Kapitel 2 Wie die Mutter des Königs zu ihrem Sohn ging, um ihn etwas zu fragen. Wie der König aufstand, zu seiner Mutter trat und sich vor ihr verbeugte. Wie der König, als er sich auf den Thron setzte, seine Mutter zu seiner Rechten sitzen ließ. Homilie Über die Speise der Seele Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Johannes 4, Vers 34 Dies ist ein Beispiel der Liebe. Hier ist ein Lehrbeispiel der Demut. Wie gutes Brot alles enthält, was unser Körper braucht, so enthält jedes Wort Christi alles, was notwendig für unsere Seele ist. Die göttliche Einheit der Natur, des Vaters und des Sohnes, kommt in der Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vater zum Ausdruck. Wer liebt, gehorcht. Wenn ihr euch vergewissern wollt, wie groß eure Liebe zu Gottes, messt euren Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes, dann werdet ihr es wissen. Mangel an Gehorsam ist ein Zeichen mangelnder Liebe. Jene, die lieben, vollbringen mit Eifer den Willen des Geliebten. Der Sohn Gottes liebt seinen Vater so sehr, dass seine süßeste Nahrung darin besteht, den Willen des Vaters zu vollbringen. Was ist der Wille des Vaters? Die Rettung der Menschen. Der Herr, der Sohn Gottes, empfand einen unstillbaren Hunger nach der Erfüllung dessen, das heißt des Willens des Vaters, und wenn er einen Menschen rettete, empfand er sich gespeist durch die süßeste Kost. Seht, wie ihr haben, Christi Gottheit ist. Seine Jünger hatten ihm Speise aus der Stadt gebracht und ihn ermahnt, Rabbi ist. In jenem Augenblick war er mit seinem wichtigsten Werk beschäftigt, der Rettung einer Seele. Hier war die Samariterin bereit, die Lehre über die Rettung anzunehmen. Hier war die ganze Stadt Sichar schon dem Reich Gottes nahe. Hier war ein großes Feld bereit für die Ernte der Rettung. Dies ist für Christus eine Speise süßer als alle Speisen und Süßigkeiten dieser Welt. O meine Brüder, wann werdet ihr verstehen, wie sehr Christus, der Herr, heute nach unserer Rettung hungert? Warum geben wir ihm nicht die Speise, die er am meisten liebt? Wer ist uns ein größerer Gast, ein engerer Verwandter, ein aufrichtigerer Freund als er? Wenn wir also geringeren Gästen, entfernteren Verwandten und weniger aufrichtigen Freunden jene Speise geben, die sie erfreut, wie können wir unseren Herrn nicht willkommen heißen mit der einzigen Speise, die ihn erfreut? Lasst uns die Rettung annehmen, die er uns anbietet. Dies ist die Speise, die er liebt, von anderer wendet er sich ab. O Herr Jesus, du Menschenliebender, erbarme dich unser und rette uns. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amin.